Sonic, du hast endlich deine Familie gefunden. Fass mich doch! Ich weiß, es war nicht immer leicht. Aber du hast dich nicht verändert, hier drin. Ja, in meinen Lungen. Oder deinem Herz. Es hat einen Sicherheitsverstoß gegeben. Und wir brauchen Team Sonics sofortige Unterstützung. Projekt Shadow übertrifft alles, auf das wir je gestoßen sind. Shadows Geschichte begann ähnlich wie deine Sonic. Aber wo du Familie und Freunde gefunden hast, fand Shadow nur Schmerz und Verlust. Okay, wir haben einen wilden Alien auf der Flucht. Wie finden wir ihn? Fangen wir beim riesigen Feuerball an? I love it. Wir fangen beim riesigen Feuerball an. Er ist viel beeindruckender als der Igel, den ich zuvor verkloppt habe. Alter, ich steh direkt neben dir. Ihr seid ja ein bunter Haufen. Wir wollen dich nicht verkloppen! Ehrlich gesagt, Sonic, würde ich ihn gern verkloppen. Sacken nicht! Ja! Ich bin dran. Können wir vielleicht rüberreden? Er ist zu mächtig. Sonic! Ich glaub's nicht, dass ich das sage. Aber wir brauchen, ihr wisst schon wen. Das ist ne ganz schlechte Idee. Wann hat mich das je aufgehalten? Doktor! Wir haben Besuch. Das ist traurig, Robotnik. Selbst für dich. Wir brauchen deine Hilfe. Unter einer Bedingung. Los geht's! Wenn ich über die Welt nicht herrschen kann, kann ich sie genauso gut retten. Ist zu klein für mich. Aber Sir, ich hab nicht das richtige Material. Reicht mir. Wenn wir fertig sind, wird nichts mehr übrig sein. Hey, keine Teatcoats! Was hast du getan? Was ich tun musste. Willkommen zu Hause, mein Junge. Das ist unmöglich. Ist es das? Das kann nicht wahr sein. Kann es nicht? Ich dachte... Dachtest du? In schwabbeligem Fleisch und Birch.